Detektiv Danny Rourke befand sich im Büro seines Therapeuten und rang mit dem unerträglichen Gewicht des Verlustes seiner einzigen Tochter. Erinnerungen überfluteten ihn, als er den Tag erzählte, an dem seine Welt zerbrach. Es war ein scheinbar gewöhnlicher Tag, an dem er seine siebenjährige Tochter Minnie mit in den Park nahm. Ihr das Spielen anvertrauend, verlor er sie kurz aus den Augen. Trotz umfangreicher Bemühungen blieb Minnie vermisst, eine quälende Abwesenheit in Dannys Leben. Die Person, die Minnie verschwinden ließ, wurde gefasst, aber es verbesserte nicht Dannys Gefühlslage, denn die Gerechtigkeit geschah nicht, wie es sollte. Derjenige, der es getan hatte, litt unter einer psychischen Erkrankung und obwohl er Bestrafung verdiente, erhielt er sie nicht. Er kam ungeschoren davon und das ließ Danny sich noch schlechter fühlen. Während sie weiterhin nach Minnie suchten und sie nicht finden konnten, musste Danny mit seinem Partner nix zur Arbeit zurückkehren. Sie erhielten einen geheimen Hinweis, der sie zu einem möglichen Raub in einer nahegelegenen Bank führte. Nix erzählte Danny von einigen seltsamen Raubüberfällen, bei denen nur bestimmte Schließfächer ins Visier genommen wurden, obwohl sie kein Geld enthielten. Als Danny und Nix dort ankamen, begannen sie von ihrem Van aus zu spionieren und fuhren durch die Straßen. Die mysteriöse Person, die all die Probleme verursachte, war Delrayne, der gut darin war, Menschen zu hypnotisieren und sie zu schlechten Taten zu bewegen. Er würde Menschen in Trance versetzen und sie für seine bösen Pläne nutzen. Also beschloss er, so zu tun, als würde er eine normale Transaktion durchführen und schlich sich in den Raum mit den Schließfächern, entschlossen die Person zu finden, die all die Probleme verursachte. Aber als er das Schließfach öffnete, auf das sie es abgesehen hatten, fand er etwas Schockierendes, ein Bild seiner Tochter Minnie, das zeigte, dass Delrayne böse Pläne mit ihr hatte. Inmitten aller Verwirrung, die durch den hypnotisierten Sicherheitsbeamten und den getäuschten Bankangestellten verursacht wurde, musste Danny sich beeilen, Delraynes böse Pläne zu stoppen und herauszufinden, warum dieser ein Bild seiner Tochter hatte. Danny wurde verzweifelt und hielt sogar einen Bankangestellten mit einer Waffe als Geisel, um Antworten zu erhalten. Doch der Angestellte schien sich nicht sonderlich zu kümmern, was Danny dazu brachte, sich zu fragen, ob etwas anderes im Gange war. Geschah, tauchten zwei weitere Sicherheitsbeamte auf, was die Situation noch gefährlicher machte. Es kam zu Schüssen und Danny hatte Glück, dass er überlebte, weil er eine kugelsichere Weste trug. Als die Angreifer in den Schatten verschwanden, entfaltete sich das Nachspiel in einer surreal wirkenden Abfolge von Ereignissen. Die einst hypnotisierte Frau, nun von Delraynes Kontrolle befreit, erlag den verwirrenden Folgen und entledigte sich in einem chaotischen Akt der Desorientierung ihrer Kleidung. Inzwischen kulminierte die unglückselige Reise des Bankangestellten in einem katastrophalen Unfall, der den Weg für Delraynes finstere Pläne ebnete. Inmitten des Chaos ergriff Delrayne die Gelegenheit, seinen bösartigen Plan auszuführen, indem er eine Bombe in das Schließfach platzierte. Eine tickende Zeitbombe, bereit, ungeahnte Zerstörung zu entfesseln. In einer aufregenden Verfolgungsjagd durch die Straßen setzte Danny entschlossen auf die Spur von Delrayne. Adrenalin durchströmte ihn und er war sich sicher, dass er ihn fassen würde. Doch die Dinge nahmen eine beängstigende Wendung, als Danny realisierte, dass Delrayne seine Freunde mit einem besonderen Trick kontrollieren konnte. Als das Chaos in einen wilden Kampf ausbrach, verlangte Danny Antworten darauf, warum Delrayne ein Bild seiner Tochter hatte. Doch Delrayne schwieg und entkam, indem er von einem Gebäude sprang. Nachdem Delrayne verschwunden war, begannen Dannys Freunde, sich gegenseitig zu bekämpfen, weil Delrayne sie getäuscht hatte. Danny wurde klar, dass Delrayne seine Tochter möglicherweise wegen des Bildes in der Box, die Delrayne wollte, genommen hatte. Spät in der Nacht rief Nix Danny an und teilte Neuigkeiten mit. Er hatte den Standort des mysteriösen Anrufers ausfindig gemacht, der sie über den Bankraub informiert hatte. Überraschenderweise führte es sie zu einem Therapiezentrum, das für den Einsatz von Hypnose-Techniken bekannt war. Nach seiner Ankunft traf Danny auf Diana Cruz, die Wahrsagerin und Besitzerin der Einrichtung. Danny erklärte seinen Grund für das Erscheinen, die Untersuchung einer Person namens Delrayne. Doch bei der Erwähnung von Delraynes Namen änderte sich Dianas Haltung zu einer der Angst, und sie drängte Danny sofort zu gehen. Delrayne kam an und hypnotisierte Dianas Freund draußen, was zu einem Crash ins Haus führte. Nach dem Vorfall fand sich Diana in einer polizeilichen Befragung wieder. Es stellte sich heraus, dass sowohl der jüngste Vorfall als auch ein früherer Bankaufstand durch Delraynes Missbrauch hypnotischer Fähigkeiten inszeniert wurden. Sowohl Delrayne als auch Diana kamen aus derselben Hypnoseabteilung. Doch Delraynes beeindruckende Stärke führte ihn auf den Pfad des Bösen als mächtigster Hypnotiseur unter ihnen. Infolgedessen bemühten sich Diana und ihre Kollegen in der Branche, Delraynes niederträchtige Absichten zu vereiteln. Nix, der sich am Ort des Geschehens befand, blieb skeptisch gegenüber Hypnose und ignorierte Dianas Warnungen. Doch Diana präsentierte geschwind ihre hypnotischen Talente und versetzte Nix mühelos in Trance. In der darauf folgenden Dunkelheit eilte Nix nun unter Delraynes Kontrolle dazu, Diana und Danny mit seiner Schusswaffe zu eliminieren. Das Gefahr spürend drängte Diana Danny zum Fliehen, wissend, dass Nick in einer hypnotischen Trance gefangen war und vor der Ausführung seiner programmierten Befehle nicht zur Besinnung kommen konnte. Nix, obwohl gefesselt, hielt hartnäckig nach der Waffe und trotz des Schmerzes. Mit Nix Tod wurden sowohl Danny als auch Diana zu Flüchtlingen, beschuldigt seines Mordes. Entschlossen, der Verhaftung zu entkommen, richteten sie ihren Blick auf Mexiko und suchten dort Unterstützung gegen Delrayne. Doch ihre Pläne wurden durch die Ankunft eines Sheriffs unterbrochen, der bald unter Dianas hypnotischem Einfluss stand. Plötzlich nahm Delrayne über das Funkgerät des Sheriffs Kontakt auf und enthüllte seine Anwesenheit in derselben Bar. Als Danny und Diana sich von Delrayne und seinen Komplizen in die Enge getrieben sahen, traf Danny in letzter Sekunde die Entscheidung, die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen, um Diana Zeit zur Flucht zu verschaffen. Danny fand sich gefangen, doch Diana, unterstützt vom hypnotisierten Sheriff, inszenierte seine Flucht. Auf ihrer Reise enthüllte Diana Dannys einzigartige Resistenz gegen ihre Hypnose, aufgrund einer psychischen Barriere, die nach dem Verlust seines Kindes errichtet wurde. Ihr Weg wurde von einer Polizeipatrouille unterbrochen, aber Dianas geschickte Manipulation sorgte dafür, dass sie ohne Aufsehen erregen weiterfahren konnten. Nach ihrer Ankunft in Mexiko trafen sie auf Dianas alten Freund und Mithypnotiseur Jeremiah. Zu ihrem Schock enthüllte Jeremiah Delraynes Suche nach Domino, einer mächtigen, hypnotischen Waffe, die innerhalb ihrer Abteilung entwickelt wurde. Diese schwer fassbare Waffe hielt den Schlüssel zu beispiellosem, hypnotischem Einfluss. Delraynes Stärke wuchs mit jedem Teil von Domino, den er aus Schließfächern verschiedener Banken erwarb. Doch ihr Wiedersehen nahm eine düstere Wendung, als Jeremiah sich als Delrayne enthüllte und sie in seinen hypnotischen Griff zog. In einem verzweifelten Fluchtversuch flohen Danny und Diana, nur um herauszufinden, dass Delrayne die Bewohner hypnotisiert hatte, um ihren Weg zu blockieren. Als sie einer bevorstehenden Verhaftung gegenüberstanden und Delrayne gefangen. Wahr, versetzte Danny alle in Staunen, indem er seine neu entdeckte Fähigkeit zur Hypnose nutzte und Delrayne überwältigte. Verwirrt von seiner plötzlichen Meisterschaft suchte Danny Dianas Anleitung, um ihre Situation zu meistern. Auf der Suche nach einem Silberstreifen suchten sie Zuflucht bei Dianas altem Freund River, einem versierten Hacker. River begab sich auf eine Mission, um wichtige Informationen über Dannys Frau aufzudecken und bot einen Hauch von Hoffnung inmitten ihrer tumultartigen Umstände. Danny erhielt eine schockierende Offenbarung. Seine angeblich verstorbene Frau war am Leben und gehörte derselben Hypnoseabteilung wie Diana an. Kurz darauf versuchte Delrayne, Danny am Telefon zu manipulieren und drängte ihn dazu, Diana zu eliminieren. Während Diana und River schliefen, durchforstete Danny eigenständig Rivers Datenbank und förderte die überraschende Wahrheit zutage. Minnie, das rätselhafte Domino, war niemand anders als Diana, seine Frau. Zu ihrer Verblüffung wurden Danny und Diana die ganze Zeit über in verschiedenen Räumen getrennt gehalten, wobei Danny unter hypnotischer Kontrolle stand. Danny wurde klar, dass alle bisher Beteiligten, einschließlich seiner selbst, Mitglieder der Hypnoseabteilung waren und eine Intrige orchestrierten, um ihm Minis Versteck zu entlocken. Aus seinem hypnotischen Zustand herauskommend, untersuchte Danny das aufwendige Setup, das darauf ausgelegt war, ihn glauben zu lassen, dass seine Umgebung echt sei. Es wurde deutlich, dass alle Szenarien und Requisiten sorgfältig konzipiert waren, um Danny dazu zu bringen, den verborgenen Ort von Minnie preiszugeben. Ein Geheimnis, das er leidenschaftlich bewahrt hatte. Trotz des intensiven Drucks der Mitglieder der Hypnoseabteilung blieb Danny in seiner Entscheidung standhaft, den Aufenthaltsort seiner Tochter nicht preiszugeben. Unbeirrt griff Delrayne darauf zurück, das Szenario von vorn zu beginnen, angefangen bei Dannys Besuch bei der Psychiaterin, obwohl er während dieser Zeit unter hypnotischem Einfluss gestanden hatte. Als sich die Ereignisse gemäß dem vertrauten Drehbuch entfalteten, spiegelte Dannys Reise den Beginn des Films wieder. Ein entscheidender Moment trat ein, als er sich der Bank näherte. Danny erwachte plötzlich und versuchte zu fliehen. Gleichzeitig erlebte Diana einen Moment der Klarheit und erkannte, dass Delrayne kein Name einer Person war, sondern ein Ort, den Danny strategisch gewählt hatte, um den Aufenthaltsort seiner Tochter zu verschlüsseln. In einer Offenbarung fand sich Danny auf dem Bauernhof seiner Adoptiveltern wieder und entschlüsselte das Rätsel, das ihm so lange entgangen war. Die Tragödie traf ein, als Dannys Adoptivmutter, die versuchte sie zu schützen, einem Schuss der Abteilung zum Opfer fiel. In dem darauf folgenden Chaos flohen Danny und Minnie vom Tatort. Minnie entfesselte ihre beeindruckenden hypnotischen Kräfte und zwang die Mitglieder der Abteilung dazu, sich gegenseitig anzugreifen, was zu einem verheerenden Zusammenstoß führte und ihren niederträchtigen Bestrebungen ein gewaltsames Ende setzte. Sie fielen dem hypnotischen Köder zum Opfer und standen völlig unter Minnys Kontrolle. Unter Ausnutzung von Minnys beeindruckenden Fähigkeiten fand Delrayne sein Ende durch seine eigenen Hände. In einer atemberaubenden Enthüllung stellten sich Danny und Diana als Mitglieder der mächtigsten Abteilung heraus, die das komplexe Schema orchestrierten, um ihre Gegner endgültig zu überlisten. Danny und Diana begrüßten ihre Tochter Minnie in der Welt, wissend, dass sie ihre beeindruckenden Fähigkeiten geerbt hatte. In dem Bestreben, Minnie vor dem Zugriff der Abteilung zu schützen, trafen Danny und Diana die schwierige Entscheidung, sie der Obhut von Dannys Adoptiveltern anzuvertrauen. In der Zwischenzeit ergriffen sie drastische Maßnahmen, um sich selbst und ihre Tochter zu schützen, indem sie ihre Erinnerungen zurücksetzten und neue Identitäten annahmen. Danny übernahm die Rolle eines Detektivs, während Diana ihn in ihrem Bestreben unterstützte, Minnies Unschuld zu schützen und sie vor denen zu verbergen, die ihre Fähigkeiten ausnutzen wollten. Das Foto, das Danny im Schließfach entdeckte, war ein cleverer Trick seiner eigenen Erfindung und diente als entscheidendem mnemonische Hilfe, um sich an den Aufenthaltsort seiner Tochter zu erinnern. Mit dem Tod aller Mitglieder der Abteilung konnte Dannys Familie endlich aus den Fängen der Hypnoseabteilung entkommen. Endlich befreit konnten sie einer Zukunft ohne Manipulation und Kontrolle entgegenblicken, vereint in ihrer neu gewonnenen Freiheit und den Banden familiärer Liebe. In einer überraschenden Post-Credits-Szene wird offenbart, dass Delrayne überlebt hat, indem er geschickt die Identität von Dannys Adoptivvater annimmt, während der wahre Patriarch tragischerweise durch seine Hand ums Leben gekommen war. Mit dieser beunruhigenden Enthüllung endet der Film und lässt die Zuschauer darüber nachdenken, welche anhaltende Bedrohung von Delraynes List ausgeht und welche Auswirkungen seine fortgesetzte Existenz für Danny und seine Familie haben könnte.